Hi, ich bin Anita und ich begrüße euch in der Paulmann Lichtwelt. Wenn ihr so wie ich gerade auf LEDs umgestellt habt, werft die Glühlampen auf gar keinen Fall weg. Denn aus denen lassen sich super hübsche Weihnachtskugeln basteln. Dafür braucht ihr alte Glühlampen, Glasmalfarbstifte, einen dünnen Silberdraht, ein paar Dekoperlen, einen Karton, eine Bohrmaschine und eine Schere. Im ersten Schritt müsst ihr an der Fassung ein Loch bohren. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, geht dabei aber sehr vorsichtig vor. Das Wichtigste ist die richtige Auswahl der Farben. Ich habe mich für Gold- und Silbertöne entschieden, damit alles einen einheitlichen Look hat. Jetzt könnt ihr die Lampen in schönen Mustern bemalen. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Zum Trocknen stecke ich die Lampen in einen Karton. Sind die Lampen getrocknet, könnt ihr einen dünnen Silberdraht durch das Loch in der Fassung fädeln. Der dient uns als Aufhängung. Bevor ihr aber den Draht schließt, schiebt noch ein paar Perlen als Deko darauf. Verzwirbel zuletzt noch die Enden des Silberdrahtes miteinander und dann ab an den Baum damit. Na, das sieht doch schon festlich aus. Und, habt ihr auch noch Ideen? Ich freue mich über einen Kommentar von euch. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Eure Anita